Hi meine Lieben, ich freue mich riesig. Ich bin zum zweiten Mal jetzt auf dem Festival Wir Gemeinsam und Mäste. Und ja, also ich freue mich riesig. Das letzte Mal war schon voll der Hit und ich habe mich total gefreut. Es war super der Abend, auch total voll. Und heute ist auch wieder super Atmosphäre, super Leute da. Und ja, es ist auf jeden Fall ein Besuch im nächsten Jahr wert, falls ihr dieses Jahr noch nicht da wart. Ciao!